Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde Trine 2 mit Nusskaffee. Hallihallo! Und ja, wir folgen immer noch dem Trine. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir machen müssen. Aber, ja, wir folgen ihm einfach mal. Ja, er will uns irgendwo hinleiten. Vielleicht Amsterdam. Nach Amsterdam? Nach Amsterdam, wo es die Drogen gibt. Ähm, ich weiß nicht, was kannst du mit dem großen, dicken Typ hier mal die Pflanze hier kaputt machen? Wo ist deine Pflanze? Achso, da. Ich wünsche, dass wir das Röhrchen hier haben. Moment, äh. Ich weiß vielleicht, du hast den Hammer verloren. Genau, da. Ja, danke. So, und jetzt? Wui! Ich konnte gerade fliegen. Guck dir das an. Wui! Das mit deinem Gewicht? Ja, Mensch. Ey, das ist geil, das musst du verraten. Ah! Ja, wird das halt noch was? Hummelig. Entschuldigung. Äh, 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 so. Komme ich da rüber? Alleine? Ohne dich? Ja, war so. Achso. Können wir jetzt nämlich hier rüberspringen. Cool, oder? Okay, und jetzt? Ähm, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ach, doch, komme ich. Ah, das ist ein cooler Einstieg. So, ach, oh Gott, das ist anstrengend. Wir kommen jetzt da ganz hoch. Da ist noch so eine Kugel. Guck mal, da ganz hoch. Äh, äh. Hallo. Wieso schießt du jemand in diese Richtung? Warte. Ja, so kommt man hoch bis da hin. Ich versuche mal so hoch zu kommen. Denkst du, das geht? War es so kommt man eigentlich recht hoch? Ach, nein. Moment, und jetzt? Äh. Oh nein, so knapp, so knapp. Dann mach es nochmal. Also wenn es ganz knapp ist, dann geht es ja. Na, ich weiß ja nicht. Das war jetzt schon, glaube ich, die Grenze. Ich glaube, dem Magier gefällt das irgendwo, wie er so Luft von uns tut. So, wie das aussieht. Ah. Also ich kann es nochmal versuchen. Jetzt kannst du es sogar anschauen, wie knapp das ist. Ja, ich sehe das. Und? Ah. Ich bin extrem knapp. Das ist extrem knapp. Mit mehr Anlauf oder wollen wir es lassen? Kannst du die Kiste vielleicht, ähm, auf die... Wann? Mach mal auf diese Lüftung hier. Auf die rechte. Warte. Ich sehe jetzt noch nichts. Ich hab's. Ich hab's. Perfekt. Super. Wir sammeln alle ein. Wenn wir keinen bekommen, dann, ähm, ähm, müssen wir einmal nackt ums Haus rennen. Genau. Guckt das sieht ja geil aus. Was für ein lustig anmutender Ort. Aha. Was für ein lustig anmutender Ort. Hier fahre ich auch beständig meine Partys. Wui. Ja. In diesen Schlangenhain. Speichern. Checkpoint. Checkpoint. Charkepoint. Oh, oh, oh. Oh, eine Schlange. Ah, 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 au. Ah, heiß. Hat er dich getroffen? Ja. Ah, wie kriegt man das? Au. Okay, wenn er schießt, dann kann man ihn schlagen. Ähm, hinter dir ist noch ein Feind. Oh, hinter mir schlagen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wird man die Schlange angreifen? Au. Okay, man muss echt aufpassen, weil der greift ein so oder so auf. Oh, verdammt. Nein, ich habe nicht getroffen. Du kannst hochspringen. Da oben ist noch was. Du kannst doch hochspringen. Siehst du? Moment, Moment. Okay, ich treffe den doch nicht. Aber hier kann ich doch alle wiederbeleben. Ja. Ja, danke. Äh. Jetzt ist der wieder da. Au. Au. Ich mache hier mal die Feinde weg. Hast du das? Ah, der spuckt die bis weit. Das ist nervig. Ah, also ich kann ihn nicht angreifen irgendwie. Immer noch nicht. Ah, verdammt. Das würde ich nicht so. Ah, das geht echt gar nicht. Wie soll ich denn denn bitte schon angreifen? Weil mir soll das gehen. Ah. Ich kann eine Kiste zaubern. Wow. Wow. Ah, so geht das. Ich hätte ausweichen müssen. Dann wäre ich jetzt nicht tot. Okay, ich entschuldige uns wieder, wenn ich noch lebe. Oh mein Gott. Wir sind diese seltsamen Leute. Ich behalte sie besser im Auge. Oh. Eine mysteriöse Dame. Die Story gewinnt an Fahrt. Wir sollten sie freuen. Der Triam hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Oh, ist das schnarchig. Also. Oh Gott. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Das ist wirklich. Sie fressen wie dich. Mh, lecker, lecker. Wie dich, mh? Mh, lecker, lecker. Kekki zum Frühstück. Ach so, jetzt habe ich meinen Feuerfall wieder. Ah, lecker, lecker. Lecker, lecker. Amadeus zu Frühstück. Ähm. Ach, hier ist die Kiste. Martin, die Kiste hier oben. Ah, dadadadadada. Nee, das ist wirklich, also, wenn eine Story langweilig ist, dann merkt man, also, wenn die Autoren keine Ahnung von Story haben, das merkt man immer daran, wenn sie eine mysteriöse Figur einführen. Und tata, wir haben eine Frau, die uns verfolgt. Ja, Mensch, das hat eigentlich auch Spaß gemacht. So ein Fakt. Nein, ich habe die anderen nicht bekommen. Hallo, hallo, hallo. Entschuldigung. So, jetzt habe ich das auch. Ich wollte das hier und her schieben. Ich sehe aber nichts mehr, wo das ist. Ach, da. Wie kriegt man das auf? Da ist was drinne. Da ist was drinne? Ich glaube, ich muss da. Warte, draufschieß. Nicht mal traurig. Warte, schalst du fest? Ja. Super, meine. Kannst du haben. Ähm, ähm, wir haben... Wo ist denn das? Ist das gut, dass ich das in der Hand halte? Das sind Bienen, ne? Die sind aus dem Bienenstock. Hier, fangen. Äh, ich habe nichts gemacht. Vielleicht... Wow, achso, das sind Goblins. Ah, warte. Warte, warte, warte. Ah. Warte, ich? Oh Gott, das ist riesig. Au, der ist böse. Kann ich den festhalten? Ah, stirb. Da, da. Hallo. Warte, Entschuldigung. Ah, mir kommt was angeflogen. Perfekt. Jetzt habe ich ihn. Wir sind herzen, die man nicht... Ja! Kommt was runtergefallen? Gehst du das Herzchen? Ja, aber wir haben eh gleich alle voll. Ja, wir sind alle voll. Gut. Aber Herzen, wir sammeln alles. Wir sammeln alles. Ja, wir sammeln alles. Ähm, äh, wie heißt der Pontius? Pontius, der, der Ritter. Der hat ja gesprochen, äh, davon gesprochen, dass es ganz viele große Dinge gibt. Das gibt große Dinge. Ja, gewaltige Schlangen. Oh, ho, ho, ho. Gewaltige, große, äh, was ist noch groß und gewaltig? Rätselt! Äh, in den Kommentaren. Wer es als erstes herausfindet, der darf sich schämen. In die Ecke stellen. Ah. Was machst du da? Ja, da oben sind noch Kugeln. Ach echt? Ja. Da musst du ja auch hochklettern. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, wie du mir helfen kannst. Ich kann das Ding festhalten. Kannst du das bewegen? Ja. Beweg mal die rechte Seite hoch. Warte. Habe ich. Super. Das ist okay, dass du was machst. Kommst du hier hoch? Oha. Super. Ah, Goblin. Großer, fetter Goblin. Oh, ich bin in die Stachel reingefallen. Na, ich will dich hochheben. Oh, du hast ihn voll in die Stacheln reingezogen. Leider ohne Splatter-Effekte. Ohne Splatter-Splatter. Matsch, Matsch. Alles muss Splattern und Matsch machen. Au, 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 jetzt bin ich selbst reingesprungen. Das tat weh. Au. Oh, ich bin tot. Uh, uh, uuuh. Boah, hab ich mich erschreckt. Oh, hab ich mich erschreckt. Oh. Boah. Bekloppt. Oh, das sah so gut aus. Au, au. Oh. Ich mach dir gerne. Du hast es weggeschossen. Oh, Gott. Boah, ey. Unglaublich. Ist das jetzt ein Horrorspiel oder was? Death Space ist ein Scheiß dagegen. Death Space ist ein Scheiß dagegen. Ich bin tot. Warte, ich suche mal hier. Du brauchst ein Checkpoint. Da oben ist ein Checkpoint, oder? Ah. Du darfst auf keinen Fall sterben. Nein, ich hab noch genug Leben. Das Ding wackelt auch nicht. Ja, aber da unten sind überall Stacheln. Ich komm da nicht ran. Ich bin hauptsächlich wegen den Stacheln verreckt. Ach komm. Ich komm auf die andere Plattform komm ich. Das schaff ich. Und da kommst du jetzt nicht rübergesprungen? Doch, geht doch. Du hast mir nicht geholfen. So, jetzt. Und tada. Soll ich halt den Markier machen? Nein, ist mich schon wieder runtergefallen. Wo gibt's da noch was? Ja, da gab's noch eine Kugel. Wurde? Irgendwo da oben. Da, da ist er. Wo? Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Dann warte ich hier mal. Oder ich bewege mich mal voran. Ich muss irgendwie... Ich komm nicht hoch. Komm mal zu mir auf die Plattform. Ich bin jetzt oben. Moment, jetzt muss ich da... Irgendwo oben war das. Ja, hier komm mal zu mir hoch. Du kannst von mir, glaube ich, hochspringen. Warte, ich mach mir Platz. So, und jetzt hoch, hoch, hoch. Hä, ich komm da gar nicht ran. Ah! Achso, ich kann da gar nicht... Achso, ah, okay. Ich bin gleich tot. Dann mach mal hin, ja. Moment, ich muss wieder zu dir. Komm her, ich halt mal hier den Fahrstuhl auf. Ach, kommen sie rein, junge Dame. Und jetzt nach links bitte schwingen. Schwing das Ding. Oh ja. Ich bin... Oh, da geht's noch weiter hoch. Wie, da ist noch mehr. Mein Gott, da kommen ganz viele Fläschchen. Ja, 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 ja. Ach, nein. Au, au. Da müsste eigentlich noch eine kommen. Ich weiß nicht, ich bin runtergeknallt. Ich bin gleich wieder tot. Warte, ich spring schon mal zum Ausgangspunkt. So, jetzt hast du wieder voll Leben. Ja. Hast du die noch, oder? Da war noch eine. Oh Gott, wie wir sind da? Hab ich eigentlich schon Level ab? Nee, das war falsch. Wie viele Punkte habt ihr? Ich hab einen Fähigkeitspunkt. Damit kann ich mir nichts kaufen. Hallo, kannst du mich mal bewegen hier? Oh ja. Na, kannst du das bitte sagen? Match. Die Ziege. Den Ziegenkopf hier bewegen. Die Jugend von heute. Ich muss schwingen. Ich muss, bleib oben drauf. Ich muss schwingen. Oh. So, da hab ich die letzte Flasche. Ich hab das letzte Fläschchen. Supi. Schwing das Ding. Oh ja. Oh ja. Damit kenne ich nicht aus. Oh ja. Oh ja. Wenn du das Ding schwingst, dann... Dinge schwingen kann ich ganz gut. Hier ist noch ein... Machst du's kaputt? Oder mach ich? Ach so. Das hab ich gut gemacht. Warn. Die Dinger explodieren? Ja, irgendwie mit Feuerfallen. Wenn ich drauf schieße, explodieren die irgendwie. Ist hier oben noch was? Ich seh das nicht. Da war oben noch was, ja. Bei mir oben? Ja, über dir war da noch irgendwas. Oder? Nee, gar nicht. Gut, hab ich's eingesammelt. Gut, hab ich's eingesammelt. Oder du hast es eingesammelt. Ja, kann sein. Ähm. Ich schwing mal hier. Ich kann zwei Plists schwingen. Boah. Ziegenkopf. Ah. Stirb Ziege. Nein, das ist kein Ziege. Das ist ein böser, böser, böser Bulle. Ich bin drüben. Wie komm ich jetzt da rüber? Ähm. Äh. Ja. Geht doch. Ah. Angestrengt. So. Hier ist noch. Ähm. Hier alles? Ja. Oh mein. Genau. Ich weiß nicht, sammeln wir jetzt das zusammen? Ich glaub schon. Ja. Ah. Bei mir geht der Counter auch ständig nach oben. Oh, hier ist noch ein böser. Warte. Da ist noch einer. Hui. Treff doch mal. Das sieht so bekloppt aus. Das so. Hey. Wie wär das? Hä? Boah, die Kattern sind beschossen. Warte. Ah. Oh. Nein. Hinter dir. Ah. Noch einer. Stirb. Teil wäre noch ein Auffall da hinten. Das sind jetzt schon drei. Okay. Ich hab. Super. Hast du den? Ja. Hab ich. Gut. Ins Gesicht hab ich geschossen. Warte mal kurz. Wenn man die hier oben. Oh Gott. Sind noch mehr. Wenn man die hier oben auf. Ah. Ich wollte doch keine Kiste machen. Ich hab Levelaufstieg. Du hast 50 aufgesammelt. Genau. Wenn der Counter nämlich nach oben geht. Dann sammeln wir. Dann kriegen wir alle Punkt. Wieso hab ich kein Level Up? Hallo. Der ist tot. Lass die Leiche in Ruhe. Achso. Leichenschädigung. Leichenschädigung. Oh. Guck mal. Die tanzen. Da oben ist noch einer. Ah. 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 Was hab ich denn am Kopf festgehalten? Oh. Das sieht gefährlich aus. Ah. Lass den Arm. Komplett in Ruhe. Ah. Ist es der Weg. Ah. Okay, ich kriege ab, ähm, drei Kisten, vier Kisten oder Planke. Soll ich die Planke machen? Was ist das? Das ist, ich mach, ich kann statt Kisten, oder ich mach Kisten und ich kann so ne, so ein, wie so ein Brett machen, wo wir drauflaufen können. Können wir Abgründe überwinden. Kannst du Kiste und, äh, dann gleichzeitig Planke machen? Ja, das kann man gleichzeitig machen. Ja dann. Ah, jetzt bin ich auch Stufen aufgestiegen. Oder hab ich das einfach noch nicht gemerkt? Vielleicht hast du es nicht gemerkt. So, und jetzt kann ich ne Planke zeichnen, warte, so, tadaa, buf. Moment, Frostfall, Eisfall. Haben wir eigentlich dann dieselben Level-Ups? Ich weiß es nicht. Also wenn du zum Beispiel, du, ähm, bringst jetzt die Zoe nach oben. Wenn ich jetzt die Zoe spielen würde, hab ich dann dasselbe wie du, dann muss ich dann Zoe für mich selbst auch nochmal hochspielen. Also, ähm, du musst beides hochspielen. Weil, du hast jetzt bei Pontius Punkte reingesetzt, ne? Ja. Äh, bei Amadeus meine ich. Na? Ja, bei Amadeus. Ja, und bei mir hat Amadeus gar nichts. Ach du Scheiße. Das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof gemacht. Moment, ich werde... Was ist denn da nicht, junge Dame? Ähm, Upgrade kaufen. Ich möchte ihm gern was langes zeigen. Uh, das ist ja nicht schlecht. Guck dir, was ich jetzt machen kann. Guck mal meine Latte an. Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich bin weg. Ich seh dich nicht. Da bist du. So, ähm, ich würde mal sagen, aber wir machen hier einen Cut. Wir beenden den Part hier. Ähm, und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Schrein 2 mit zwei Leuten. Und eine langen Latte. Genau, und eine langen Latte. Also, bis zum nächsten Mal. Tudelü. Ciao. Ciao.